Ja und herzlich willkommen zu einem erneuten Infovideo. Damals, Anfang Januar, habe ich ja angefangen mit dieser Monatsvorschau. Jetzt habe ich mir mal einfach gedacht so, eigentlich ist nicht viel passiert, aber ich mache einfach mal einen Monatsrückblick, was so passiert ist auf meinem Kanal. Wie schon gesagt, im Januar war nicht so viel los. Eigentlich war fast gar nichts los. Ja, wir fangen schon mal an mit dem wichtigsten Thema. Vor, boah ich weiß gar nicht mehr, ein, zwei Wochen habe ich ja dieses Video mit 4K gemacht. Also nicht ein 4K Video, sondern einfach die Information. Da wollte ich mal den Standpunkt zeigen und zwar, mein Bildschirm steht schon da. Noch nicht ausgepackt, aber egal. Ich habe es auch gestern oder was am Samstag oder so, habe ich die Versandbestätigung bekommen von meiner Aufnahmekarte. Das heißt, bald kann ich auch in 4K aufnehmen und dann werde ich mich auch mal ran machen, zu schauen, wie das alles wird, ein Video in 4K hochzuladen, wie das wird mit dem Rendern, mit der Hochladezeit natürlich, dadurch, dass es ein bisschen mehr Speicher braucht. Und ja, dann könnt ihr euch demnächst auch darüber freuen, dass sich zum Beispiel dann Gran Turismo vielleicht irgendwann in 4K macht und auch andere Spiele, die bald kommen werden oder auch eben schon da sind. Und da sind wir eben bei dem Monatsrückblick. Und zwar, ja, was liefst du auf meinem Kanal? Eigentlich nur Gran Turismo Sport, ein bisschen Mittelerde. Ich glaube, Need for Speed war ja noch letztes Jahr so gesehen. Bei Mittelerde ist es eben so, dass ich vermutlich morgen oder heute, na, macht man, ich glaube eher morgen, kommt das letzte Video dazu. Dann sind wir da storymäßig durch. Ich meine, es gibt natürlich noch so einige, ja, Nebenmissionen gibt es eigentlich gar nicht großartig, sondern eher nur so diese ganzen Gebiete erobern und, ja, okay, diese ganzen Sammelsachen und so, die jetzt, sag ich mal, nicht so storyrelevant sind. Vielleicht mache ich die einfach mal so. Und ja, gestern habe ich wieder angefangen mit Assassin's Creed Origins. Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht, ob man das in 4K spielen kann. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Wenn es geht, werde ich dann vielleicht irgendwann im Laufe des Spiels umsteigen oder auch nicht. Das können wir dann einfach mal schauen. Und ja, das sind eigentlich die Sachen, die derzeit laufen. Geplant, beziehungsweise im Januar kam ja nicht viel. Ich meine, Tekken habe, äh, Tekken. Jetzt bin ich bei Tekken. Street Fighter habe ich jetzt mal ausfallen lassen. Dadurch, dass es ja eigentlich schon draußen ist, nur jetzt so eine Special Edition und so, habe ich mir gedacht, so, ja, okay, ich bin jetzt nicht der Mega-Kampf-Sport-Typ. Okay, ja. Tolle Aussage. Ich bin kein Kampf-Sport-Typ und habe ein T-Shirt aus dem Kampf-Sport-Bereich, aber egal. Ähm, ja, was ich sagen wollte im Gaming, deshalb habe ich mal gedacht, wenn ein neues Tekken rauskommt. Jetzt sage ich schon wieder Tekken. Ja, auch wenn ein neues Tekken rauskommt oder auch ein neues Street Fighter, kann ich mir das gerne anschauen. Ähm, ansonsten kam ja noch Monster Hunter World raus. Das hat sich erst mit mir ein bisschen verschoben. Ich habe es jetzt gestern mal auf die Xbox geladen. Und jetzt ringe ich so mit mir selber. Soll ich es jetzt anfangen? Oder soll ich noch vermutlich zwei, drei Tage warten, bis die neue Aufnahmekarte ist und das Spiel dann in 4K anfangen? Das weiß ich nicht so genau, ob ich da einfach mal so anfange oder dann auch im Laufe des Spiels auf 4K umsteige. Ich weiß es nicht. Ähm, demnächst für die Leute, die Gran Turismo derzeit gerne schauen. Ich weiß ja nicht, wie er dazu steht, aber ich werde die nächsten Tage mit Forza Motorsport 7 anfangen. Ich weiß, es ist schon, boah, wann kam es raus? Ich weiß nicht mehr genau. Oktober oder November, so in dem Dreh. 2017, also schon ein bisschen draußen. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert. Und ja, dann werde ich auch noch mit Forza anfangen. Und ja. Weitere Informationen gibt es jetzt eigentlich gar nicht, weil es ist ja der Monatsrückblick. Die nächsten Tage kommt dann die Monatsvorschau vor Februar. Ich habe es jetzt gar nicht so groß im Kopf. Es ist mehr los wie im Januar. Ich meine, Far Cry wurde ja auf März verschoben. Das fällt dann schon wieder weg für den Monat. Und ja, ansonsten, alles super, oder? 4K läuft fast. Fehlt halt noch eine Komponente. Und dann mache ich mich mal eben ran, wie man das Video am besten rendert. Damit eine gute Qualität rauskommt, aber das Video nicht so extrem groß wird. Weil, ich sage mal, was man so teilweise im Internet findet mit den Bitraten, mit den Empfehlungen, die sind manchmal... Also, wenn ich da liese, so 20, 30 MBit schon von Full HD Video, da denke ich mir auch... Okay... Die kriegen Riesenvideos raus, obwohl die bedeutend kleiner werden könnten, aber... Naja. Egal. Ähm... Ja, das war es mit dem Rückblick. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Jahr. Einen Monat ist ja auch schon wieder vorbei. In 11 Monaten. Schöne Weihnachten. Ja, okay. Es war jetzt sehr weit hergeholt. Erstmal kommt Ostern. Dann der Sommer. Dann wird es wieder kälter. Und dann wird Weihnachten. Ja, dann wird Winter, ja, natürlich. Ähm... Ja, ich rede jetzt nur noch Schwachsinn. Ähm, okay. Deshalb würde ich mal sagen, ich bin raus. Und, ja, könnt ihr mal so reinschreiben, auf was ihr euch so dieses Jahr freut. Auf welche Spiele, jetzt sei es Februar oder auch über das ganze Jahr. Man hat noch gar nichts über Battlefield gehört. Sollte ja theoretisch eins rauskommen, oder? Weil die haben ja immer den Zweijahresrhythmus. Letztes Jahr kam ja keins. Hm. Werden wir sehen. Dein Wiederschauen und Reingehauen.